Fast 25 Monate führt Russland Krieg gegen die Ukraine und wir wollen uns auch heute die militärische Lage im Land ansehen. Und wir wollen beginnen mit russischen Angriffen auf ukrainische Kriegsschiffe. Wir erinnern uns, die ukrainische Marine hat die russische Schwarzmeerflotte, ja man muss es schon sagen, zu großen Teilen bereits versenkt. 14 russische Kriegsschiffe wurden angegriffen, wurden auch größtenteils versenkt. Zuletzt die Cäsar Konikow und die Iwanetz allein in diesem Jahr, das heißt ein schweres Landungsschiff und eine Raketenkorvette. Aber Russland gibt nicht auf und auch Russland versucht, ukrainische Marineschiffe zu versenken. Und wie sie das versuchen, das wollen wir uns heute einmal genauer ansehen. Wir haben insgesamt drei Videos aus den letzten zehn Tagen vorliegen, die zwei davon ganz aktuell. Und wir fangen an mit diesem Video hier einer russischen Drohne, was uns zeigt ein Kriegsschiff der ukrainischen Armee. Und diese Kriegsschiffe, das muss man immer ganz klar sagen, das sind natürlich nicht Kriegsschiffe wie Russland sie hat, sondern es sind kleine Boote, es sind Patrouillenschiffe in dem Fall. Das hier ist ein Island-Class-Schiff, was aus den USA geliefert wurde zwischen 2018 und 2021 und was eben jetzt das Schwarze Meer patrouilliert. Und wir sehen jetzt hier, wie eine Drohne das Ganze sich anschaut. Und dann sehen wir gleich den Anflug einer weiteren Drohne. Und daran sehen wir auch, wo wir hier sind, nämlich im küstennahen Gewässer. Und diese zweite Drohne, die hier anfliegt, ist wie so oft eine Sala Lancet. Das heißt, wir haben die russischen Versuche, eben die Waffen, die man gut beherrscht, mit denen man erfolgreich ist, jetzt nicht nur gegen Landziele, sondern auch gegen Seeziele einzusetzen. Und in diesem Fall ist es die Sala Lancet, die eben dieses Patrouillenboot der Island-Klasse hier angreift. Und ja, immerhin ein 34 Meter langes Boot, also ungefähr so lange wie ein Verkehrsflugzeug, ein normales Verkehrsflugzeug. Und wir sehen jetzt hier eben, dass diese Drohnen es eben immer wieder schaffen, beziehungsweise hier zum ersten Mal schaffen, von oben an zu fliegen und dann eben auch das Schiff zu treffen und dort zu einer Explosion zu führen. Hier sehen wir also die Explosion, die möglicherweise auch zu Opfern geführt hat, was natürlich immer ganz wichtig ist und was der riesige Unterschied oder einer von vielen riesigen Unterschieden ist zwischen den ukrainischen Angriffen und den russischen Angriffen. Da hier nicht Schwimmdrohnen, sondern Flugdrohnen benutzt werden und die eben von oben angreifen, ist es extremst unwahrscheinlich, dass diese Drohnen dazu führen, dass die Schiffe sinken. Denn sie greifen ja oberhalb der Wasserlinie an, meistens sogar bei den Aufbauten der Schiffe. Und insofern haben wir die Situation, wir werden das gleich immer wieder sehen, dass die Russen eben von oben die Schiffe angreifen und jeweils auch dann kurz nach dem Angriff aufhören zu filmen. Warum? Ganz klar, weil das ukrainische Schiff dann einfach weiterfährt, seine Fahrt fortsetzt und eben die möglicherweise verwundeten oder auch getöteten Marinesoldaten dann eben an Land zurückbringt. Insofern ist das natürlich ein wesentlicher Unterschied. Wir sehen aber nicht nur hier bei diesem Island-Class-Schiff, dass eben Russland eben jetzt auf die Sala-Lenzet auch setzt, um die ukrainische Marine anzugreifen. Wir haben ein weiteres Video, was ganz ähnlich aufgebaut ist. Hier sehen wir wiederum ein ukrainisches Patrouillenschiff, diesmal vom Typ, die Schug-Klasse. Das ist eine sowjetische Klasse. Wir sehen jetzt hier noch, wie diese großen Krähen hier stehen. Das heißt, jetzt ist es noch an Land, aber gleich fährt es los. Und wir sehen dann wiederum, wie das Schiff sich bewegt, wie eine Überwachungsdrohne das Ganze filmt. Beziehungsweise wir haben jetzt tatsächlich den Angriff hier auch an Land. Und wie jetzt gleich sich, na jetzt ist es losgefahren, wie jetzt gleich sich die Sala-Lenzet hier nähert und dann eben den Angriff auf das Schiff von der Seite vollzieht. Ganz ähnliche Situation wie eben. Wiederum ein Angriff aus der Luft, wiederum überwacht von einer anderen Drohne. Und Russland macht eben, was es kann. Es greift diese Schiffe an. Auch hier sehen wir eine ziemlich mächtige Explosion. Aber das Ganze täuscht natürlich so ein bisschen, weil wir das Ganze von oben sehen und weil natürlich auch die Wucht der Explosion, der Rauch, das Feuer sich nach oben bewegt. Insofern sind das doch begrenzte Schäden, die da erreicht werden, was unter Umständen eben, wie gesagt, zu Verlusten führt, aber eben nicht zu einem Verlust des Schiffes. Als letztes schauen wir uns ein weiteres Video an. Und auch hier sehen wir, dass das ganz ähnlich passiert, so wie eben. Hier nochmal gut zu sehen. Diesmal haben wir die Svatove-Klasse. Das ist ein sowjetisches, leichtes Landungsschiff, von dem die Ukraine ebenfalls einige hat. Und dieses steht hier in einem Hafen vor Anker, und zwar in Mykolaiv. Wir schauen uns das gleich genau an. Und wieder sehen wir den Angriff eben der Lancet-Drohne. Und wieder gibt es dort kurz einen Schaden, eine Explosion. Aber danach hören die Russen auf zu filmen, weil sie einfach nicht zeigen wollen, dass da eben sonst nichts weiteres passiert ist. Nichtsdestotrotz, es ist sozusagen Putins Rache für die Versenkung seiner Schwarzmeerflotten-Schiffe, für die Versenkung von mehr als ein Dutzend Schwarzmeerflotten-Schiffe. Und das eben macht er, indem er hier angreift. Aber nicht nur die Art der Drohnen, die eingesetzt werden, ist völlig anders, sondern auch, wo die Angriffe passieren, ist völlig anders. Sämtliche Angriffe, die wir gerade gesehen haben, sind in diesem Gebiet hier passiert. Das heißt, die Ukraine fährt nicht raus aufs Meer mit ihren Schiffen, weil sie natürlich da weiß, dass sie den unter Umständen auch russischen Kriegsschiffen dann ausgesetzt wäre. Und Russland hat ja eine ganze Menge auch Antischiffraketen, die Bastionen und andere, die eben auf der Krim stationiert sind. Das heißt, Russland muss nicht mal ins Meer fahren, um eben Antischiffraketen abzuschießen, sondern die Ukraine behält ihre Schiffe in der Nähe der Küste. In dem Fall hier kurz vor Mykolaiv und kurz vor dem Delta des Denebri, der hier lang geht. Aber was wir eben gesehen haben, und das können wir unten nochmal sehen, 20 Kilometer ist diese Entfernung und die Ukrainer bzw. die russischen Blogger haben mehrmals jetzt gesagt, ja, schaut mal, was wir können, schaut mal, wie weit wir etwa kommen. Das heißt, selbst wenn diese Drohnen von hier abgeschossen werden oder losgelassen werden, die Sala Lancet, dann fliegen sie halt ungefähr in diese Region und damit sind es bis zu 60 Kilometer. Die Lancet-Drohnen mittlerweile gezielt auf sich bewegende, fahrende ukrainische Schiffe abgefeuert werden können. Zugegeben natürlich, ein Schiff ist langsamer und ist auch größer als ein Panzer. Nichtsdestotrotz, die Russen sagen eben ganz klar, wir haben es weiter geschafft, diese ER, also Extended Range, also die erweiterte Reichweite der Lancet herzustellen und können jetzt eben auch Angriffe 60 Kilometer von unserem eigenen besetzten Gebiet eben fahren gegen ukrainische Schiffe. Das Ganze auf jeden Fall ein Problem für die Ukraine, weil eben ihre Schiffe natürlich nicht mehr frei fahren können, nicht mal mehr in diesen Binnengewässern weit fahren können und frei fahren können, ohne Angst haben zu müssen, dass sie eben dort angegriffen werden. Wir erinnern uns noch einmal zum Abschluss, dass natürlich die Angriffe ukrainischer Schwimmdrohnen auf russische Schiffe in ganz anderen Gewässern passiert sind, nämlich rund um die seit 2014 besetzte Krim hier unten. Das heißt, wenn wir uns das rechts angucken, was 200 Kilometer sind, dann waren die teilweise 400, 500, 600 Kilometer entfernt von Odessa und von anderen Städten, wo sie eben losgelassen werden. Und das ist natürlich noch eine viel größere Reichweite und eine viel größere Handlungsspielraum, weil man eben mehr angreifen kann. Nichtsdestotrotz, wir sehen, dass eben diese kleinen Gewässer hier von der Ukraine befahren werden und noch, wenn man möchte, kontrolliert werden von der ukrainischen Marine. Und die sind offenbar nicht mehr sicher genug, um sich dort frei zu bewegen. Das heißt, die Russen versuchen auf ihre Art und Weise zurückzuschlagen gegen die ukrainische Marine. Soviel zum Thema Seekrieg im Schwarzen Meer und in den angrenzenden Binnengewässern. Wir wollen aber auch uns ansehen, wie die Lage an Land ist. Und dort schauen wir uns zuerst einmal wieder die Lage bei Avdivka an. Avdivka, wir müssen uns das trotzdem immer wieder ansehen, auch wenn die Stadt jetzt unter russischer Kontrolle ist. Dann das ist eines der Hauptgebiete, wo eben russische Angriffe jeden Tag erfolgen. Und wir schauen uns an, wie diese Angriffe aussehen und haben jetzt hier auch nochmal relativ qualitativ hochwertige Drohnenaufnahmen der ukrainischen Armee. Wir sehen also nochmal hier die verschiedenen Straßen in Berduschi. Berduschi, eines der Dörfer, was aktuell umkämpft wird, westlich von Avdivka. Und wir sehen eben, wie die Ukrainer sich ja relativ weit zurückgezogen haben und eben die Russen immer erstmal kommen lassen, in diese Ruinen kommen lassen. Dann aber, und das sehen wir jetzt gleich mit massiven Kamikaze-Drohnenangriffen, eben zu wirklich sehr hohen russischen Verlusten führen. Wir sprechen hier teilweise von 70 bis 90 Prozent, manchmal sogar 100 Prozent der angreifenden Truppen und der angreifenden Infanteristen der Russen, die eben hier getötet werden. Wir schauen uns das jetzt an. Hier sehen wir also die Ruinen leider von Berduschi, ein weiteres Dorf, was von den Russen völlig zerstört wurde. Und wir sehen jetzt hier, wie die Russen sich eben bewegen, wie also die russischen Soldaten sich von Haus zu Haus bewegen. Ja, wir sehen auch zahlreiche Tote, die bereits vorher gestorben sind auf den Aufnahmen. Und sehen jetzt, wie gesagt, wie die Russen sich hier bewegen und wie sie versuchen, ja irgendwie Unterschlupf zu finden. Wie sie also sich versuchen, dort irgendwie zu verstecken, bis ihr Nachschub kommt oder bis ihre Waffen kommen und so weiter. Die Ukraine beobachtet das Ganze ganz genau. Und jetzt können wir es sehen, hat dann eine Taktik, nämlich die Russen hier lebendig zu begraben mit Kamikaze-Drohnen. Hier sehen wir es nochmal. Das ist also die Drohne, die hier anfliegt, die jetzt in das offene Fenster hier reinfliegt. Und das ist das bereits von Artillerie oder ähnlichem. Wir erinnern uns, die Russen haben ja zehnmal so viel Artillerie-Munition, gerade wie die Ukraine, im Einsatz. Das heißt, es kann gut sein, dass auch die Russen hier dieses Haus erstmal beschossen haben. Wenn wir uns die Schäden außenrum ansehen, ist es sehr wahrscheinlich, dass es russische Bomben oder Artillerie-Geschosse sind. Dieses bereits bestätigte Haus, da haben sich die Russen drin versteckt. Und wir sehen jetzt, was passiert, wenn dort eine Kamikaze-Drohne der Ukraine hineinfliegt. Nämlich, wir haben die Situation, dass die Russen hier in eine Falle geraten sind und dann eben auch angegriffen werden. Dieses Video geht eigentlich viel weiter. Wir schauen uns das nicht an, denn man sieht jetzt, wie die Toten und Verwundeten hier geborgen werden aus diesem Haus. Einige haben es überlegt, einige nicht. Trotzdem das Ganze natürlich eine fatale Situation, in die der Kreml jeden Tag seine Truppen schickt. Wir haben weitere Videos auch aus Berdurschi, die uns eben zeigen, dass ganz oft von diesen kleinen Angriffsgruppen aus ungefähr acht bis maximal zwölf Infanteristen, die von einem Schützenpanzer abgesetzt werden, dass davon teilweise tatsächlich fast alle getötet werden von Kamikaze-Drohnen. Das Gleiche würden wir jetzt hier aussehen, schauen uns das aber nicht an. In dem Fall müssen die Worte reichen, die einfach nochmal sagen, dass diese Angriffe abgefangen werden in dem Fall und eben zu massiven russischen Verlusten führen. Und wenn wir sagen massiv, dann sind das natürlich keine Zahlen wie im Zweiten Weltkrieg, wo, was weiß ich, 1.000, 2.000, 3.000 Menschen an einem Tag gestorben sind, sondern die Russen greifen da mit kleinen Gruppen an. Diese Aufnahmen gerade haben wir aus Berdurschi gesehen, von dort von vielleicht, ja, was habe ich gerade gesagt, acht bis zwölf Personen am Tag in einer Position. Das heißt, wenn wir die Angriffe eben haben auf Berdurschi, auf Tonenke und auf Orlivka, dann sind das vielleicht 30, 40, 50 russische Soldaten, die hier angreifen. An manchen Tagen mehr, wenn eben Panzer und Schützenpanzer dazukommen. Aber von diesen 30 bis 50 Soldaten werden eben die allermeisten getötet. Und das sind die Verluste, von denen wir sprechen, auf russischer Seite, die eben in dieser Region westlich von Avlivka aktuell täglich zu beklagen sind von russischer Seite. Offenbar ist Russland aber so aufgestellt oder die Armee so aufgestellt, dass ihr Leben nicht wichtig sind, dass man eben damit rechnet, dass man jeden Tag die Menschen in den Tod schickt. Und das Ganze geht also weiter vor sich. Wir haben jetzt gerade gesehen, wir haben jetzt gerade gesehen, russische Angriffe auf die Ukraine, jetzt schauen wir uns russische Angriffe auf Russland an. Denn auch die gibt es und wir erinnern uns, es sind die Anti-Putin-Rebellen, die eben im Westen Russlands aktuell die Grenzregionen angreifen. Und dort gibt es auch schwere Beschüsse. Allerdings wesentlich zielgerichteter, als wir es auf anderer Seite sehen. Wir sehen also jetzt hier den kleinen Ort Tjotkino. Und Tjotkino ist, ja, wir sehen es mittlerweile fast menschenleer, denn die Angriffe der Anti-Putin-Rebellen haben doch dazu geführt, dass bis auf russische Soldaten die meisten Menschen hier geflüchtet sind. Und was jetzt hier gerade passiert, ist eben der Angriff auf ein Munitionslager der russischen Armee, was hier ausgemacht wurde. Das heißt, man greift immer wieder im Zentrum von Tjotkino hier dieses Gebäude an. Ja, ist jetzt nicht ganz klar zu sehen, ob es Kamikaze drohen sind oder vielleicht doch Mörser. Auch sowas wurde eingesetzt. Und wir sehen jetzt hier, wie ein Feuer ausgebrochen ist. Und jetzt sehen wir die Sekundärexplosion. Das heißt, dort hat es tatsächlich Munition getroffen, der russischen Armee, die da untergebracht war. Tjotkino, wie gesagt, in der Region Belgorod. Neben Belgorod wird auch Krosk angegriffen von den Anti-Putin-Rebellen. Und das mittlerweile seit ungefähr sechs Tagen. Man muss ganz klar sagen, das ist nichts, wo jetzt diese Rebellen, diese Anti-Putin-Kräfte sich weit vorbewegen, wo sie weit ins gegnerische Land kommen oder, wie sie es gerne hätten, sogar Gebiete befreien, wie sie es nennen. Sondern es sind eben immer wieder kleine Nadelstiche. Das heißt, man geht rein in ein Dorf, man versucht dort Fuß zu fassen, man zerstört vielleicht einen russischen Panzer und zieht sich dann aber schnell wieder zurück. Aber allein diese Unberechenbarkeit, wir schauen uns das gleich nochmal auf der Karte an, diese Unberechenbarkeit eben dieser Angriffe, dass die Russen jeden Tag, die russische Armee, das Putin-Regime, jeden Tag hier Soldaten abstellen muss, um eben seine Grenzregierung zu verteidigen. Das ist schon ein großer staatregischer Erfolg auf jeden Fall für die Ukraine. Denn das bindet ja hunderte bis tausende Soldaten in dieser Region, die eben nicht in die Ukraine einfallen können. Die also nicht eben genutzt werden können, um weiter in der Ukraine vorzudringen. Und das ist schon relativ signifikant. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz auf der Karte an, um zu sehen, von welcher Region wir sprechen. Und es ist tatsächlich einmal Kursk und einmal Belgorod-Oblast, diese beiden Oblasten. Das heißt, diese Region ist es, die immer wieder angegriffen wird. Und das ist ja eine relativ lange Strecke. Wir sehen es hier unten, also etwa 300 Kilometer Grenzlinie. Und dort ist es eben immer wieder überraschend und immer wieder ein Zufall, wo die Anti-Putin-Rebellen über die Grenze gehen, wo sie vielleicht kurzzeitig auch mal ein Schulgebäude oder ähnliches ihre Flagge hissen und dann sich aber schnell wieder zurückziehen, bevor die Russen das Regime dort mit ganzer Macht zuschlägt. Und wir haben in den letzten Tagen auch immer wieder gesehen, dass sogar Flugbomben eingesetzt werden. Dass also sogar Luftangriffe auf eigene Städte geflogen werden, die eben in diesem Moment besetzt sind von regimefeindlichen Kräften. Die ziehen sich kurz danach wieder zurück und das Regime kehrt dort wieder ein und zeigt dann eben auch wiederum in eigenen Videos, man hat ja wieder diesen Ort unter seine Kontrolle gebracht. Kurz danach, einen Tag später, sehen wir neue ukrainische bzw. russische Oppositionsangriffe auf andere Gebiete. Das heißt, das ist so ein bisschen Katze-und-Maus-Spiel, was da in der Region weiter vorgeht. Wir müssen am Ende aber auch uns wieder ansehen, natürlich, was macht Russland in der Ukraine? Warum, obwohl wir gerade das gesehen haben, dass eben viele der Infanterieangriffe abgefangen werden, warum ist Russland weiterhin auch in der Offensive? Und das sehen wir hier dran an diesen neuen Aufnahmen aus Nowomichalivka im Südosten der Ukraine, auch Region Donetsk. Und wir sehen jetzt hier, wie eben weitere FAB 500 Bomben eingesetzt werden. Und wir sehen einmal mehr, das hatten wir schon immer wieder gesagt, wir können ganz kurz zurückgehen, wie präzise die mittlerweile sind. Das heißt, wir haben hier eine ukrainische Stellung, wir haben hier diese Waldkämme, die sich hier eben langziehen und sehen relativ präzise nebeneinander, wie eben die Einschläge der FAB 500 jeweils Gleitbomben, aber eben mit einem Gestell daran, was man steuern kann bis zum Einschlag, was FAB 500 Bomben mit 500 Kilo Sprengstoff oder fast 500 Kilo Sprengstoff hier einschlagen und eben die ukrainischen Stellen beschädigen. Die Ukraine hat gestern bekannt gegeben, dass seit Jahresbeginn 3500 FAB-Bomben der Gewichtsklassen 250 Kilo, 500 Kilo und 1,5 Tonnen, also 1500 Kilo genutzt wurden durch Russland. Das sind sage und schreibe 45 Bomben am Tag. Das heißt, Russland wirft 55 Flugbomben, Gleitbomben am Tag eben ab. Das sind alles gelenkte Bomben und diese Bomben, wie hatten es schon gesagt, sind für einen großen Teil mittlerweile der ukrainischen Verluste verantwortlich. Das heißt, während Russland seine Truppen eben ja in diesen Fleischangriffen nach vorne schickt, also immer wieder sagt, ihr müsst einfach so lange hingehen, bis irgendwann mal jemand die ukrainische Position dort besetzt, alle anderen sterben halt auf dem Weg dahin, ist die Ukraine völlig anders aufgestellt. Man versucht jeweils das intelligent zu machen, das smart zu machen, eben nicht massiv Leute zu opfern. Aber, und wir sehen es hier, diese russischen Angriffe sind natürlich fatal und tödlich für die ukrainischen Verteidiger, die in ihren Stellungen dort sind, eigentlich sich auf Angriffe auch vom Boden vorbereiten, eben diese Kamikaze-Drohnen haben und so weiter, um sich zu verteidigen. Und wenn dann aber 500 Kilo Sprengstoff eben auf ihrem Kopf explodieren oder ganz in der Nähe ihrer Stellung explodieren, dann ist das natürlich trotzdem eine tödliche Waffe, die auch dazu führt, dass wir jeden Tag weiterhin Dutzende ukrainische Opfer, vor allem unter der Armee, aber auch unter der Zivilbevölkerung, durch eben solche Luftangriffe zu beklagen haben.